Hey liebe droidigen Zuschauer, ich bin's der Leon von Trolltools und ich war auf der Gamescom und zwar am Samstag, den 20. August 2016 und ich nehme euch mal mit auf einer virtuellen Tour durch die Gamescom und virtuell ist auch ein sehr, sehr gutes Stichwort, denn auch dieses Jahr oder besonders dieses Jahr ging es wieder, wie auch schon 2015 angedeutet, auf virtuelle Realität zu und dazu habe ich mir auch zwei Brillen angeschaut, unten findet ihr Kapitelmarken in der Videobeschreibung, falls euch weniger die Gamescom, sondern nur meine Erfahrung zu den Brillen interessiert. Los geht's! Und es war voll, kann ich euch sagen, besonders am Samstag, wo ich ja da war, das ist schließlich einer der Besucher reichsten Tage auf der Gamescom, allerdings war es schon wirklich krass, was da an Menschenmassen aufgefahren ist, besonders schlimm war es meiner Meinung nach bei EA, möchte man da irgendein AAA-Spiel spielen, dann war das eigentlich fast unmöglich. Das A in EA muss auf jeden Fall für Abfertigung stehen, denn ja, die Halle war groß und die Spiele waren bestimmt auch sehenswert und die Stände hatten auf jeden Fall super gut ausgesehen, allerdings, junge, junge, fünf Stunden anstehen für zehn Minuten Spiel spielen, das gebe ich mir auf gar keinen Fall und das ist meiner Meinung nach auch eher Abzocke als irgendwie Spiele-Spaß, zumal man da auch nicht wirklich drüber berichten darf, also man darf nicht filmen auf den Ständen und man ist einfach in einer riesen Menschenmasse, ihr seht ja auch gerade die Bilder und das war wirklich eher schockierend als wirklich sehenswert. Bei kleineren Ständen konnte man dann schon eher was machen, zum Beispiel bei Icarus. Icarus ist ein Anbieter, der Gamification und Sport zusammen mit virtueller Realität bündelt. Und zwar hat man so ein kleines Gestellen, was man sich reinlegt in einer Blank-ähnlichen Situation und in dieser Position muss man halt eben diesen Flugsimulator steuern. Das heißt, man fliegt virtuell auf der Brille, in diesem Fall eine Samsung Gear VR und einem entsprechenden Handy, fliegt man halt eben durch verschiedene Ringe. Das Ganze steuert man allerdings nicht mit einem Controller, sondern mit seinem eigenen Körper und soll damit zumindest in der Theorie auch ordentlich ins Schwitzen kommen. Gut, ich habe mich jetzt nicht wirklich herausgefordert gefühlt in den paar Minuten, wo ich das gespielt habe. Wenn man das allerdings länger und öfter macht, kann man natürlich dann auch mal irgendwann ins Schwitzen kommen und eventuell auch ein paar Grundmuskeln anspannen, die ja durchaus bei einer Blank aktiviert werden müssen. Dadurch, dass der Hintern aber oben ist, ist der Trainingseffekt eher so semi. Das Spiel hat sich aber auf jeden Fall Spaß gemacht. Das war auch auf jeden Fall eine sehr coole Erfahrung, einfach frei hängend da in diesem Simulator zu liegen und damit zu steuern. Das hat wirklich Spaß gemacht. Wenn man sich diesen Spaß allerdings selbst leisten will, dann muss man dafür 7500 Euro ausgeben etwa. Das heißt, das sind halt für Hotels, Sportbetreiber oder Themenparkbetreiber, die sich sowas halt eben leisten können. Das wird auch schon ausgeliefert zusammen mit der Gear VR. Das kann man auch mit anderen Brillen verwenden. Da sind die aber momentan dran, das noch besser anzupassen. Die Gear VR war halt auch einfach die erste preiswerte Brille, die man auf dem Markt erhalten konnte. Deswegen haben sich die Macher hinter Icaros halt eben dafür entschieden. Gesteuert wird das Ganze eigentlich durch den eigenen Körper und durch so einen kleinen Joystick. Und das ist auf jeden Fall sehr komfortabel und hat sehr, sehr viel Spaß gemacht. Und kann ich auf jeden Fall empfehlen, wenn ihr mal auf einer Messeseite und sowas seht, probiert es aus. Das macht auf jeden Fall Spaß. Ansonsten waren die Hallen auf jeden Fall hoffnungslos überfüllt und viel konnte man sich nicht anschauen. Ich war dann noch sehr, sehr lange auf dem Stand von der Verkehrswacht. Wenigerweise mich interessiert hat, sondern einfach, weil der Stand leer war und man da gut rollen konnte. Ich habe einen Puls-Test gemacht, der übrigens da gut aufgefallen ist. Ich habe mir angeschaut, wie man mit so besoffenen Brillen durch die Gegend rennen kann und sich damit zum Affen machen kann. Und ich habe mich richtig blamiert, als ich dann auf dem Bobbycar und auf dem Fahrrad und Roller durch die Parcours gejagt bin. Netterweise war der Stand halt so wenig besucht, dass mir die Mitarbeiterin dann auch geholfen hat, eine möglichst lächerliche Figur zu machen und mir einen Pylonen auf den Kopf gehalten hat. Ja, es war auf jeden Fall lustig. Allerdings, wenn man da wirklich hingehen will, um Spiele zu spielen, muss man halt entweder mindestens zwei Stunden, selbst für Standardspiele, mindestens zwei Stunden in Kauf nehmen oder Retro-Spiele bzw. irgendwelche Indie-Spiele spielen. Das war auf jeden Fall machbar. Das konnte man machen, das hat auch Spaß gemacht. Allerdings, wenn man irgendwas Großes antesten will, ist das eigentlich unmöglich. Und das ist eine Entwicklung, die auf der Gamescom, glaube ich, immer so war. Und ich habe dieses Jahr das noch schlimmer bemerkt als letztes Jahr. Das Thema Sicherheit war ja auch ein ganz, ganz großes Thema. Am besten sollte man sich ja gar keinen Rucksack mitnehmen. Und wenn man sich den mitnehmen, sollte man halt mit extra Zeit zur Gamescom kommen und damit rechnen, dass die Tasche auf jeden Fall durchsucht wird. Naja, Zeit hat es bestimmt gekostet. Allerdings war es jetzt auch nicht wirklich das Sicherheitsfeature, was die da durchgezogen haben. Mein Rucksack wurde kurz aufgemacht, wieder zugemacht. Der hat sich das gar nicht so genau angeschaut. Ich hätte durchaus eine Pistole oder ein Messer mitnehmen können, hätte ich das gewollt. Ist ja alles gut gelaufen auf der Gamescom, aber wirklich die Sicherheitsvorkehrungen waren eigentlich eher ein Witz. Schade halt, dadurch, dass die Cosplays darunter gelitten haben, die letztes Jahr durchaus sehr viel schöner waren. Dadurch, dass man halt Waffen nach Bildung mit sich führen dürfte, was heute eigentlich gar nicht mehr der Fall war. Cosplayers sind mit Bananen rumgelaufen oder halt ohne Waffe oder mit Schildern. Hier könnte eine Waffe sein, dann wäre mein Kostüm schön. Ja, das war halt ein bisschen unzufriedenstellend, dadurch, dass halt die meisten Cosplays von waffenähnlichen Gegenständen leben. Auch die YouTuber sollten wohl nicht mehr so auftreten in der Öffentlichkeit im normalen Bereich. Hinter Halle 8 unter der Brücke war dann auch eigentlich nichts los, außer Red Bull Werbung. Dort sind dann eigentlich auch keine YouTuber mehr rumgestiefelt. Das war auch ein bisschen merkwürdig. Unge hat man häufiger gesehen. Der hat sich dann hinter Fanmassen weggeschlichen, beziehungsweise weggesprintet. Und in Halle 6, glaube ich, war das, dann habe ich jetzt hier gerade einen Eindruck mitgebracht. Das war, jo, umgeläuft rum und erstmal so haufenweise Leute ihm hinterher. Das war schon wirklich krass. Ich habe mich später nochmal im Flur getroffen, wo er dann durch die Snackbar gerannt ist, um möglichst wenig Leute auf sich aufmerksam zu machen. Aber das ist halt ein Querkopf anscheinend. Der hält sich da nicht so wirklich an Sicherheitsvereinbarung und rennt dann halt durch den normalen Bereich, da durch die Business Area. An sich Gamescom auf jeden Fall wieder sehenswert, aber viel zu viel los. Das müsste man irgendwie anders machen, weil ich gehe nicht zur Gamescom, um irgendwie fünf Stunden, in einem Spiel rumzuhängen und das dann zehn Minuten zu spielen oder fünf Minuten. Das ist mir auf jeden Fall zu doof. Und ich stelle mich auch nicht als verhaltensgestörter Teenager in irgendeine Menge und schreie möglichst laut, um irgendwelche Schlüsselanhänger zu bekommen. Das ist mir auch auf jeden Fall zu doof. Kommen wir zum eigentlichen Highlight der Messe und zum Kernthema, unter der die Gamescom ja stand. Virtuelle Realität. Und da habe ich mir zwei Brillen besonders angeschaut. Einmal die HTC Zen. Was geht hier ab? Ich gehe mal weg. So, ich bin dann mal in mein Zimmer geflüchtet. Die Location hier ist zwar nicht so geil, aber hier wird tendenziell eher weniger geschossen. Wer weiß, wer hier auf dem Dorf mit irgendwas rumläuft. Naja, ne? Apropos rumlaufen. In der virtuellen Realität kann man ja auch ganz gut rumlaufen. Das war auf der Messe ja wirklich das Standardthema. Ich habe mir ja die HTC Vive angeschaut und auch die Oculus Rift. Ich berichte erstmal über die HTC Vive. Das Ding ist ja auch mittlerweile marktreif geworden. Kostet 800 Euro, wenn ich das jetzt richtig in Erinnerung habe. Man braucht auch die entsprechende Leistung dafür. Ja, konnte man bei HTC selbst mal wieder nicht anschauen, so wie letztes Jahr auch. Die waren wieder hoffnungslos ausgebucht. Und auch hier wieder der Tipp, besucht kleinere Stände. Die haben nämlich sowas vielleicht auch. Und ja, so klein, so unpräsent war ja das SAE-Institut auf der Messe gar nicht. Private Anbieter von Studienplätzen. Und die bieten halt eben auch Game Design an als Studiengang. Und deswegen hatten die halt eben auch so eine HTC Vive aufgebaut. Die man dann nach 2 Stunden, 1,5 Stunden Wartezeit auch durchaus ausprobieren konnte. Das habe ich dann auch genutzt und war auf jeden Fall wirklich lohnenswert. Also Felix hat mal gesagt, egal ob ihr 5 Stunden darauf warten müsst oder nicht, probiert sie aus. Habe ich beherzigt. Und ja, ist wirklich so. Kann man machen. Ist sehr, sehr akkurat. Man hat ja so 2 Controller in den Händen. Die dann mit den Sensoren, die dann in den jeweiligen Ecken stehen, interagieren. Und genau da, wo meine Hand ist, ist auch dieser Controller. Und das ist auch super gut auf das Spiel abgebildet. Es war so ein Spielchen, wo man mit Bogen und Äxten irgendwelche Riesen kaputt schlagen musste. Irgendwelche Orks. Das hat ganz gut funktioniert. Ich kann es aber überhaupt nicht werfen, wie man vielleicht auch sieht. Und habe die ganze Zeit den Bogen fallen lassen. Aber prinzipiell war es schon beeindruckend, wie gut das aussieht. Obwohl man natürlich so einzelne Pixel gesehen hat. Aber das sah schon sehr, sehr gut aus. Das Feeling war einfach grandios. Es war wirklich, als ob ich in dieser Welt gewesen wäre. Und zwischenzeitlich hast du halt auch wirklich vergessen, dass du dich gerade wildfuchtelnd auf einer Messe präsentierst. Ja, war auf jeden Fall wirklich krass. Es ist super akkurat. Es sah sehr gut aus, trotz Pixeltrippen. Und das Feeling, was aufkam, war wirklich akkurat. Und so soll das sein. Klar, da geht noch was in Sachen Auflösung. Aber das, was jetzt schon möglich ist, ist wirklich beeindruckend. Das ist auf jeden Fall HTC sehr, sehr gut gelungen. Auch die Orceo Swift habe ich ebenfalls am SR-Institut ausprobiert. Da hat man jetzt ja keine Controller gehabt, sondern einfach nur so, also keine so krassen Controller wie bei der HTC-Geschichte. Sondern halt einfach so einen ganz normalen Controller, wie man ihn aus Xbox-Kreisen gewöhnt ist. Das war auch schon sehr, sehr beeindruckend. Das Ding war halt nicht ganz so schwer. Die HTC Vive war relativ schwer. Deutlich angenehmer zu tragen als so eine Galaxy Gear, finde ich. Aber doch vom Gewicht her durchaus sehr, sehr, ja, bemerkenswert, was man da gerade auf der Nase trägt. Die Kabel haben mich jetzt gar nicht so gestört, aber das Gewicht fand ich jetzt bei der Vive relativ, ja, störend mit der Zeit. Die Oculus Swift ist deutlich leichter, die hat auch nicht so einen riesen Kabelsalat, den man dann sich da über den Rücken stülpen muss. Aber auch die ist von der Auflösung nicht ganz so hoch, wie die HTC Vive es vormacht. Zumindest schien mir das so. War trotzdem beeindruckt, ihr seht ja jetzt gerade im Video, wie ich mich zweimal erschreckt habe. Weil ich da so die Kamera um mich rumfahren lassen habe und dann gegen so einen Beton-O gefallen bin quasi. Und mich jedes Mal erschreckt, aber ich dachte, mir war es vollkommen klar, dass ich gerade in so einer Virtual-Realität bin. Aber das war halt trotzdem so ein Brainfuck, als ich gegen dieses Beton-Ging geflogen bin. Also das ist wirklich sehr, sehr beeindruckend. Und auch hier probiert es einfach aus, wenn ihr irgendwie die Möglichkeit habt auf der Messe. Nehmt euch die Stunde Zeit oder so und checkt das mal aus, wenn ihr nicht selbst zu viel Geld habt und einen guten PC, um das auszuprobieren. Das lohnt sich auf jeden Fall. Allgemein kann man allerdings sagen, dass das Ganze noch in den Kinderschuhen steckt. In Sachen Auflösung geht da noch was, in Sachen Preis geht da noch was, in Sachen Performance geht da natürlich auch noch was. Das größte Problem, was ich allerdings da sehe, dass noch gar nicht so die Spiele dafür entwickelt worden sind. Das waren irgendwie alles nur so Demo-Dinger, so halbherzig. Und nichts, wo ich sagen würde, ja, für dieses Spiel würde ich mir jetzt sowas kaufen, weil es so absolut geil ist. Und irgendwie brauchst da meiner Meinung nach irgendwie ein Prinzip, oder ich habe zumindest noch nichts gesehen, wo ich jetzt sage, unbedingt dafür brauche ich das. Wenn man jetzt so einen richtig geilen Flugsimulator hätte zum Beispiel, der halt diese Grafik auch liefern könnte, dann würde sowas Sinn machen. Aber momentan sieht man halt, dass es eher noch angepasste Demos sind, um die Technik so ein bisschen zu zeigen. Aber das hat auf jeden Fall Zukunft und ist auf jeden Fall jetzt schon sehr, sehr beeindruckend. Gamescom hat mir sehr, sehr viel Spaß gemacht, auch wenn da nach wie vor, finde ich, ein Tag reicht, maximal zwei Tage, um die kleinen Stände mitzunehmen. Dann hat man eigentlich auch schon das Wichtige gesehen. Ein Highlight war auf jeden Fall, Icarus mal auszuprobieren und die HTC Vive überhaupt mal gesehen zu haben und wenigstens kurz angetestet zu haben. Und ja, bis dahin sehen wir uns dann hoffentlich bald wieder auf dem Kanal und ciao.